Wir kommen in der Stimme nach dem heutigen Spiel, die von Nikolas Haas. Nikolas, am Schluss noch 2 zu 2. Aber man hat sich natürlich mehr erhofft von diesem Match. Ja natürlich, die ganze Mannschaft wollte einem super Publikum eine gute Leistung zeigen. Ein gutes Resultat im Top-Halt und das haben wir nicht geschafft. Ich bin sehr traurig über die Leistung. Für mich haben wir alles versucht. Es war sehr schwierig, das umzusetzen. Und klar, wir brauchen eine bessere Leistung. Wir müssen geschlossener agieren. Und das muss im letzten Match deutlich besser werden. Was war der Grund? Es war früher ein Gegen-Goal, weil ich gelähmt hatte? Oder doch die Hitze? Man hat das Gefühl, wir waren ein wenig gelähmt. Nein, überhaupt nicht. Es ist für beide Mannschaften gleich, dass es heiss ist. Das war nicht der Grund. Sondern wir müssen taktisch wieder besser miteinander arbeiten. Es waren viele Unstimmigkeiten innerhalb der Mannschaft. Und dann sind die Räume, die sie bespielen. Und sie haben natürlich keinen Druck mehr. Sie können spielen. Und das hat man gemerkt. Wir müssen uns auf uns konzentrieren. Und das einfach wieder als Mannschaft auftreten. So wie in Sie. Und da braucht es einfach wieder in Lugano eine geschlossene Mannschaftsleistung. Jetzt noch ein Match. Es ist schon sicher, ich bleibe die Fünfte. Wenn du jetzt schon ein wenig Saison-Fallzeit ziehst, zu reden mit dieser Saison. Nein, überhaupt nicht eigentlich. Wir haben uns sicher mehr erhofft aus dieser Saison. Sicher auch für unsere Fans, die uns eigentlich immer pushen. Egal wie es läuft. Und es ist sehr schade, ihnen das nicht zurückzugeben. Obwohl wir es eigentlich wollen. Und an dem müssen wir arbeiten. Und sicher nächstes Jahr versuchen sie das Beste zu machen. Okay, merci Nicolas Asse.